ja moin Leute was geht hier seid ihr beim updated Clan am Start heute mit einem neuen Video und eine ganz freshen Vorstellungsvideo jeder von uns stellt sich vor, zumindest jeder der möchte und ich fange heute damit an ich bin Eddie V, bin 15 Jahre alt, mein echter Name ist Dima und ich bin der Clan Designer und ja, was mache ich eigentlich so, ja ich designe für den Clan, ich spiele auch für den Clan, also Gangplates und so ich editiere auch noch Montagen und sowas, ihr wisst bescheid und ja, das war's eigentlich schon, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da und vielleicht auch einen Kommentar ein Abo wäre natürlich auch nice, wenn ihr noch nicht abonniert habt und ja, haut rein meine Freunde Jungs 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 K Untertitelung des ZDF für funk, 2017